Ich habe Probleme in der Mitte. Ich komme über den Low-Tunnel. Einer links im Gang und anhand. Nice, Diddy, Gott sei Dank. In anderen habe ich. Pushen wir weiter B. Einfach weiter, einfach rein. Mitte einer, Mitte einer. CT. Einer down. Einer CT, bitte. Schnürblenden, Schnürblenden. Ja, ist schon. Blenden hoch, geh weg von dort. Du hast die geschießendste Waffen für sowas. Ja, genau. Bleib da sitzen. Bleib da sitzen und zürf den Kopf. Zürf den Kopf. Ja, genau. Passt schon. Bleib da drauf. Oh, einer ist schon dort gepusht. Einer von. Andere dort. Yes! Supreme Play Diddy. CT. Ich blende ab, okay? Oh. Gut. Ah, nein. Bei der Mitte. Ich blende viel lang, ich blende viel lang. Ich kann das lange retouren, geh. Alles lang, hinten. Ich habe eine Karte. Den hinten, haupt den hinten. Ähm, kleiner Bum. Ja, er hat ja schon. Beim Auto ist eine Karte. Beim Auto ist eine Karte. Oh! Matthias hat es zu gehen. Ja. Hier bei Flasch. Okay. Da könnte man den Splitter auch probieren. Oh, fuck. Splitter da. Splitter da. SPLIT FLASH! Ja. Weiter, 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 weiter. Aus. Sweet. Ich blende. Wir haben den Splitter auch schon weit. Episch. Das ist ein Abstand. Hier wird es gut, oder? Der ist schon fast. 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 Der macht es schon fast. Hau dann! Oh! Motherfucking ace! Hello! Was? Ohohoho! Schaut ihr an! Der geht zum Meter! Das ist wohl nicht der Verlobnis ist, aber ich fache nicht mehr! Boah! Monster? Oh Gott, alles Monster durch! Der ist tot! Und durch die Smoke wieder gesprayt! What? Ausgut! What? ADP und die Kieferd auf! No way! Holy fuck! Letzter Ausgut! Bisschen! Puh! Ausgut noch einmal los! Beim Ausgut noch einmal los! Oh, eine 18 fucking HP, oder? Da sind sicher gerade zu viel dämlichen Hits! Oh mein Gott, Marco! Holy fuck! Das war fucking Next Level! Das war einer zumindest! You're the terrorist! Holy fuck! Holy fuck! Das war Asus! 1... 1... ...F...10...